Ich würde mir gerne das Video von Trimax einmal kurz, äh von iCrimax kurz reinziehen, Leute. Ähm, das habt ihr vielleicht mitbekommen. Der gute iTrimax, iCrimax, hatte ein paar Probleme mit seinem Auto. Und zwar hat iCrimax, so wie ich auch, ein, ähm, VIP-Leasing, äh, ja, von Mercedes. Und dieses VIP-Leasing hat tatsächlich ihm die Möglichkeit gegeben, meine Freunde, ähm, dass er ein geiles Auto fährt. Das geile Auto, was er in dem Fall hier fährt, ist ein S63 AMG Coupé. Ja, ein schönes Auto, meine Freunde. Kostet, glaube ich, Neupreisliste, das Ding. S63 AMG Coupé kostet Neupreis. Mal ganz kurz gucken. Der 2019er liegt ungefähr so bei, ja, 185.000 oder sowas um den Dreh. Also, sagen wir mal, sagen wir mal, sagen wir mal, ja, das ist der 4Matic, äh, Red Leather, Meistercoupé ist jetzt nicht. Sagen wir mal, das Auto kostet um die 140.000, 150.000 Euro, ja. So, 160.000 wahrscheinlich, genau. Der von iCrimax ist wahrscheinlich 160.000 in der Vollausstattung. So, iCrimax hatte folgendes Problem. Die Polizei ist hingegangen und hat den guten iCrimax auf der Straße angehalten. und hat ihn darauf hingewiesen, dass er wohl zu schnell angefahren ist, ja. Eine Sache, die, äh, tatsächlich relativ untypisch für Köln ist, wenn ich ehrlich bin, weil in Köln eigentlich die Polizei, sag ich mal, ziemlich korrekt eigentlich ist. So, iCrimax hat jetzt das Pech, dass er irgendwie da gefahren ist und, ähm, tatsächlich, äh, angehalten worden ist von der Polizei. Und die Polizei war dann der Meinung, sie müssten iCrimax kurz rausziehen und mit ihm darüber talken, was da eigentlich los war. So weit, so gut, alles nachvollziehbar. Jetzt kommen wir aber zum diffizieren Part, denn was passiert ist, ist, glaube ich, nicht ganz so cool gewesen. Auch nicht so hundertprozentig korrekt von der Polizei. Ähm, Max hatte mich direkt danach quasi kontaktiert, beziehungsweise wir hatten auch direkt gesprochen danach, weil wir haben alle zusammen eine Gruppe mit, ähm, Standardskill, Evive und sowas. Ja, leider auch Evive. Weißy ist mit da drin und dann auch, äh, Brox und zwei andere Jungs. Ähm, jedenfalls hatte dann iCrimax recht in die Gruppe gepackert und gesagt, ey, yo, Jungs, ganz kurz, mein Auto ist gestealt worden. Die Polizei hat mein Auto abgeschleppt. Und wir alle so, Bruder, was geht ab? Ja, jetzt hat sich auf jeden Fall herausgestellt, was passiert ist. iCrimax mag da dann ganz kurz, die haben ihm noch den Führerschein abgenommen. Ich hab mir das Video noch nicht angeschaut. Ich würde sagen, wir gucken mal zusammen rein. Und dann werde ich auch eben, äh, zwischendrin immer noch ein paar Worte dazu sagen, Leute. Ja, auf jeden Fall interessante Geschichte. Vor circa zwölf Stunden habe ich den Glauben an die Justiz verloren. In diesem Video werde ich euch erzählen, wie mir völlig willkürlich sowohl mein Auto als auch mein Führerschein entzogen wurde. Ich komme einfach immer noch gar nicht darauf klar, was gestern Nacht passiert ist. Wer mir auf Instagram folgt, der wird das Ganze schon gesehen haben in meiner Instagram Story. Mein Auto wurde abgeschleppt, mir wurde mein Führerschein entzogen und zwar für nichts. Und ich hab gerade einfach nur das Bedürfnis, das Ganze mit euch mitzuteilen. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie die Polizei mich einfach komplett ohne Fakten, völlig willkürlich, mich von A bis Z schikaniert hat. Also was genau ist passiert, meine Freunde? Ich werde euch auch hier immer wieder Bilder und Videos einblenden von den Aufnahmen gestern. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, gestern Abend gegen 0 Uhr kam ich in eine Polizeikontrolle. Also der Polizist kommt zu mir und sagt, hey, sie waren zu schnell unterwegs. Ich sage zu den Polizisten, wie viel war ich denn zu schnell, haben sie eine Messung gemacht. Ist ja auch völlig mein Recht, weil er kann ja nicht einfach sagen, du warst 10 zu schnell, du warst 20 zu schnell, du warst 30 zu schnell. Weißt du, es muss ja eine Messung geben, sonst kann man ja gar nichts, ja, sonst kann er mir ja gar nichts nachweisen. Genau das ist das Ding. Also die Polizei kann dich zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle rausziehen. Wenn es aber eine gezielte Verkehrskontrolle ist, habe ich gestern auch mitbekommen, weil die Polizei diejenige, die mich und Jodie nach Hause gebracht hat, nach dem Alkoholtest gefragt hat. Dann ist es eine gezielte Verkehrskontrolle, dann darfst du ja auch Drogen und Alkohol und sowas testen. In dem Fall war es halt einfach nur, dass Max angeblich zu schnell angefahren ist und die Polizei gesagt hat, sie waren zu schnell. So, Max' Reaktion war vollkommen richtig zu fragen, ja, aber wie schnell war ich denn oder wie viel zu schnell war ich denn? Weil letztendlich könnte ja sonst jeder Polizist theoretisch, wenn er einen schlechten Tag hingehen und zu euch ankommen, sagen, hey, du warst jetzt 400 km zu schnell und du sagst, nee, war ich nicht. Dann sagt er doch, weil ich bin Polizist, stimmt das? Ein Polizist muss eigentlich immer wieder nachweisen, was passiert ist. Also sprich, er braucht eine Messung, sei es dann ein Blitzerfoto oder eine Radarmessung oder halt irgendeinen, ja, anständigen Nachweis, dass er tatsächlich zu schnell gewesen ist. So, den gab es wohl in dem Falle hier erstmal nicht. Also das ist das erste Problem, was die Polizei hier quasi gerade hat. Ich muss mal ganz um meine Haare richten, Leute. Aber das läuft, das lübt sehr gut. Und das ist quasi das erste Problem wohl, was da passiert worden ist. Ja, schauen wir mal weiter. Und um ganz kurz hier noch dazwischen zu grätschen, ich bin wirklich niemand, der irgendwas gegen Polizeikontrollen hat. Also ich bin wirklich bei Gott bei diesen ganzen Videos oder so, die es im Internet gibt, wo Leute vielleicht irgendwie durch eine Fußgängerzone voll durchrasen oder irgendwie total aufgediunte Autos haben, die einfach absolut nicht mehr straßenzulässig sind. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wirklich nicht. Ja, jedenfalls wollte ich dann von den Polizisten eine Messung haben, eine Videoaufnahme oder eine Messung haben. Der Polizist meinte zu mir, sie haben keine Messung gemacht. Und ab diesem Moment, meine Freunde, wollte die Polizei mich einfach nur noch drankriegen. Weil das Problem war einfach, der Polizist war irgendwie, glaube ich, ziemlich sauer wegen mir, weil ich wohl etwas zu schnell war, aber sie konnte mir nichts nachweisen. Und weil ich nach dieser Nachweisung, nach dieser Messung gefragt habe, ab diesem Punkt wurde einfach wirklich willkürlich nach irgendwelchen Dingen gesucht. Ich habe sowas wirklich noch nie erlebt in meinem ganzen Leben. Ich kann mir das einfach nur so erklären, dass ab diesem Punkt die Polizisten, mich wegen jedem kleinen Mückenfurz drankriegen wollten. Weil die Sache war die, meine Freunde, die Polizei bei einer Kontrolle wollen sie ja immer den Führerschein und den Fahrzeugbrief sehen. Und in dem Fahrzeugbrief steht auch schon drin, dass der Wagen über die Daimler AG läuft, weil ich habe ja dieses VIP-Leasing. Also der Wagen gehört... Steht bei mir auch so drin, ich bin auch schon mal tatsächlich in eine Polizeikontrolle geraten, wo ich auch bilderweise wirklich zu schnell gefahren bin und habe mich rausgezogen. Die Polizei hat zu mir gesagt, ey Bruder, du bist so schnell. Ich habe gesagt, jo, ich war so schnell, tut mir leid. Die haben meinen Brief reingeschaut, meinten, ah, ist ein Leasingwagen, cool. Was kostet der im Monat? Habe ich denen gesagt, was der kostet. War alles super. Flop hier, danke. Flojo, danke, zwei Euro. Jedenfalls, soweit alles ganz normal. Wagen, Leute, auf Stuttgart ist ja nicht unser Auto, sondern gehört der Daimler AG bzw. Mercedes. Alles cool soweit, ganz normal. Die Polizei hat das bei mir verstanden. Alles in Ordnung, alles cool. Die haben gesagt, du, 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 du. Vor allem wieder so schnell. Ich habe gesagt, ja, sorry, tut mir leid. Und dann war es gegessen, die Sache. Hier scheinbar aber nicht der Fall. In dem Sinne nicht mir. Ich darf die Autos immer sechs Monate fahren von Mercedes. Dann bekomme ich wieder einen neuen Wagen. Und wer mich auch schon aktiv verfolgt, der weiß, ja, ich habe den Wagen nicht mal zwei Wochen. Er läuft über Daimler mit dem VIP-Leasing. Also ich kann daran gar nichts abgeändert haben. Ich kann da nicht irgendwie jetzt in der Zeit, oder würde ich auch niemals machen, warum sollte ich denn ein Auto, was ich von VIP-Leasing bekomme, irgendwas dran rumschrauben, wenn ich das ein paar Monate später wieder abgeben muss. Zumal es ja auch überhaupt nicht sein Auto ist. Also er dürfte auch gar nichts dran abändern. Das kommt ja nochmal dazu. Also er könnte jetzt halt nicht einfach hingehen, und da jetzt irgendwas dran ändern. Das geht natürlich nicht, weil wenn es ja nicht sein Eigentum ist, darf er das nicht. Ich meine, macht man doch nicht. Ja, und die Polizisten haben auch schon gesehen, dass der Wagen über die Daimler AG läuft. Und trotzdem wollten sie unbedingt diese Lautstärke-Messung machen. Leute, jetzt ist der Punkt, wo ihr ganz genau zuhören müsst. Weil ab jetzt wird es einfach nur noch ekelhaft, was passiert ist. Auf alles. Also meine Freunde, die Polizisten machen jetzt also diese Lautstärke, die Dezibel-Messung, an meinem Fahrzeug. So, sie sagen, einmal, iCrimix, Gas geben. Okay, iCrimix haben sie nicht gesagt, aber ihr wisst vielleicht meine. Einmal Gas geben. Okay, ich gebe Gas. Bis 3750 Umdrehungen war das. Ähm, hab ich Gas gegeben. Okay, die sagen zu mir 92 Dezibel. Jetzt, jetzt haltet euch fest, meine Freunde. Die sagen zu mir 92 Dezibel, der Wagen ist 13 Dezibel lauter, als er sein dürfte. Jetzt aufpassen. Ich steige aus, ich gehe zu den Polizisten, die hinter meinem Auto stehen und ich sehe auf einmal, sie haben diese Dezibel-Messung mit ihrem scheiß iPhone gemacht. Mit ihrem Handy haben sie die Dezibel-Messung gemacht. Alter Junge. Das heißt also, mein Wagen, den ich vor zwei Wochen aus dem Werk abholt habe, der über die Daimler AG läuft, mit dem VIP-Leasing, soll zu laut sein, weil die Polizisten eine Dezibel-Messung mit ihrem iPhone gemacht haben. Es gibt ja extra Dezibel-Messgeräte, so da sind vorne zwei überkreuzte Mikrofone drin, die auch einen ganz anderen Membranbereich haben, einen ganz anderen Herzbereich einfangen können, als ein iPhone-Mikrofon, was ja komplett räulig ist. Also du kannst ja nicht mit einer App hingehen, da kann ich ja genauso gut eine App hinhalten und sagen, ah ja, der Typ ist hier gerade 400 kmh gefahren, weil meine Radar-App das gesagt hat. Da, Bro, wo kommen wir da hin? Das geht natürlich nicht, das ist nicht in Ordnung. Und ich muss mir ganz was richten. So, Leute. Und hinzu kommt natürlich auch, dass, also die Frage ist jetzt so, das ist ein V8-Motor, der Auspuff hat eine Klappe, war die Klappe offen oder zu? Ist natürlich auch nochmal eine Frage. Wenn er das Ding jetzt nicht auf Sport Plus gedreht hat, das weiß ich nicht genau, dann, also wenn er es jetzt am Komfort-Modus quasi gedreht hat, dann ist die Klappe meistens zu, dann ist der Auspuff auf Komfort, dann ist das nochmal ein bisschen leiser. Aber nichtsdestotrotz, also erstmal, das ist ein Wagen, der ist auf Werkseinstellung, der kommt frisch aus dem Werk, ja. Mercedes überlässt uns diese Autos, die können nicht getunt sein. Selbst wenn es ein AMG ist, meine Freunde, dieses Auto ist zu 100%ig zugelassen. Da stimmt die, der Schadstoffausstoß, da stimmt die Lautstärke, da stimmt alles dran. Da stimmt 100%ig alles dran, weil das Mercedes, in Mercedes Verantwortung, die diese Autos an uns auszuhändigen, dass da alles in den gesetzlichen Richtlinien bleibt. Das ist 100%ig so. Und du kannst ja nicht hingehen und einfach sagen, meine iPhone-App sagt aber, dass sie der Täter sind. Ich hab jetzt mal kurz die magische Miesmusik gefragt. Wir machen das mal ganz kurz auch. Moment, meine Freunde, wir finden mal ganz kurz heraus, ist iCrimex der Täter oder nicht? Das können wir mal ganz kurz machen, meine Freunde. Das geht nämlich super schnell. Ich hab nämlich da auch eine ganz tolle App zu, tatsächlich, Leute. Die ist wie gesagt super. Und zwar können wir, wie gesagt, mal ganz kurz hier schauen. Wir laden die App mal ganz kurz runter. So, hier ist sie nämlich. Ist, äh, das ist nämlich die Täter-App der Polizei. Und zwar, ähm, ziehen wir jetzt erstmal hier am Ring. Achso, okay. Wir fragen mal ganz kurz. Ist iCrimex schuldig? Nein. Ah, iCrimex nicht schuldig. Da haben wir Glück gehabt, Leute. Sehr gut. Weil meine magische Miesmusik hat nämlich gesagt, iCrimex nicht schuldig. Sollen wir es nochmal versuchen. Ist iCrimex Auto zu laut? Frag mich doch einfach nochmal. Ist iCrimex Auto zu laut? Das weiß ich nicht. Ich bin von der Polizei. Ich muss wissen, ob iCrimex Auto zu laut ist. Das verrate ich dir lieber nicht. Ist iCrimex Auto zu laut oder nicht? Woher soll ich denn das wissen? Ist iCrimex Auto zu laut? Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Ist iCrimex Auto zu laut? Ja. Aha! Da haben wir ihn doch. Da haben wir ihn doch. Meine App hat es gesagt. Da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Abtransportieren und ins Gefängnis mit dem Jungen. Weil mein Handy hat das nämlich gesagt. So ein Ding ist es nämlich. Weg mit dem. Die Messung war mit dem iPhone und war angeblich 13 Dezibel zu laut ist Fahrzeug. Wie gesagt, nochmal als Erinnerung. Der Wagen läuft über das VIP-Leasing. Habe ich erst seit zwei Wochen über Daimler AG. Der Polizist sagt also jetzt zu mir, wir müssen Ihren Wagen jetzt beschlagnahmen. Also abschleppen. Und ich erst mal in dem Moment, ich denke mir so, hä? Ihr macht eine Messung mit eurem Handy, mit eurem iPhone. Ihr wisst, wie das ist, diese Lautsprecher oder diese Mikrofone am iPhone. Die sind so gemacht, dass... Ey, niemand kann mir erklären. Das Ding ist genau, was er halt sagt. Ja, ein iPhone-Mikrofon ist kein Richtmikrofon, sondern ein Offlust-Mikrofon, was alles im Radius, im Umfangbereich einfängt. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, das ist überhaupt nicht dafür geeignet. Kein bisschen, kein bisschen. Das ist genauso wie... Kleiner Realtalk an der Stelle. Ich habe meine Ausbildung als Immobilienkaufmann gemacht. Und ich hatte auch ein Lärmprotokoll von jemandem, bekommen von einem Mieter, der gesagt hat, yo, ich habe immer mit meinem iPhone nachgemessen. Der Nachbar ist zu laut. Und ich so, bro, kauf dir ein Dezibel-Messgerät, setz deinen Anwalt daneben, dann passt das. Aber du kannst mir nicht mit einer scheiß Messung von deinem verfickten iPhone kommen, Digga. Das geht nicht. Es ist halt ein Handy und kein Dezibel-Messgerät. Das sollte die Polizei eigentlich wissen. ... dass man mit einem iPhone eine genaue Dezibel-Messung machen kann, wenn man das an einen Auspuff dran hält. Also sage ich zu den Polizisten, habt ihr kein richtiges Dezibel-Messgerät? Habt ihr das mit dem iPhone gemacht? Und jetzt sagt der Polizist original zu mir, aber das finde ich mal das Wildeste. Aber er sagt erstmal original zu mir, ja, die Messung ist aber genau. Ah ja. Ah ja. Er sagt original zu mir, die Messung ist aber genau. Als ich sagte, ich möchte eine genaue Messung haben. Weil das Ganze ja auch nachts war, circa 0 Uhr. Ich habe aber darauf bestanden, dass ich eine richtige Messung haben möchte. Ja, safe. Richtig so. Das Problem war dabei, es war 0 Uhr. Also der Polizist sagt, ja, wir können jetzt aber kein richtiges Messungsteam mit richtigen Geräten oder so organisieren. Und in diesem Moment, wo der Polizist das sagt, gibt der ja schon indirekt zu, dass diese Messung auf dem Handy gar nicht 100% richtig sein kann. Das ist halt so das Ding. Man merkt halt einfach, glaube ich, dass sie ihn unbedingt rankriegen wollten. Man merkt halt einfach, dass sie irgendwie pissig gewesen sind, ja. Dass sie zuerst die Messung nicht gemacht haben. Vielleicht auch Langeweile oder weiß ich was. Ich glaube nicht, dass es das ist, was alle in die Kommentare schreiben. Bruder, er gönnt dir deinen Benzer nicht. Ich denke mal nicht. Also ich denke mal, sie hatten schon irgendwie einen Verdacht. Aber ich glaube irgendwie, sie wollten ihn da ranbekommen. Zumindest wirkt es jetzt für mich so. Weil er selbst gesagt hat, ja, das richtige Messungsteam würde ich jetzt rufen, aber er ist jetzt nachts, können nicht kommen. Also, mein Wagen wird abgeschleppt. Wenn ihr euch jetzt schon denkt, okay, das ist schon echt krass, haltet euch jetzt fest. Das ist noch gar nichts. Das ist noch gar nichts gegen das, was jetzt kommt. Jedenfalls kommt da noch ein zweiter Streifenwagen. In dem ersten Streifenwagen, der mich angehalten hat, waren insgesamt drei Polizisten. Dann kommt noch ein zweiter Streifenwagen mit zwei weiteren Polizisten. Sodass dann insgesamt zwei Streifenwagen und fünf Polizisten stehen. Und die sich dann erstmal in so einem Kreis standen, die haben die sich beraten. Ich stehe so circa drei Meter weiter weg, gucke die so ein bisschen an und höre so ein bisschen durch. Ich höre nur so, ja, ein Wagen läuft aber über Daimler und dies, das, Ananas. Und ich glaube, in ihrem Herzen wussten die, die können meinen Wagen jetzt zwar abschleppen, weil mit ihrer Billo-Handymessung, war es irgendwie zu laut, können die mich abschleppen. Aber jeder von den Polizisten da wusste genau, der Wagen, wenn der beim TÜV ist, kommt der eh wieder raus, weil es einfach alles Serie ist. Also dachten sich wahrscheinlich die Polizisten, ey, wie können wir ihm möglichst noch einen reindrücken? Und als wäre das nicht schon schlimm genug, dass einfach mein Auto abgeschleppt wird, kommt der Polizist dann zu mir und sagt, wir müssen ihnen jetzt auch noch ihren Führerschein wegnehmen. Und ab diesem Moment wusste ich, das war einfach nur noch reine Willkür. Ich sage zu dem Polizisten, warum wollt ihr mir denn jetzt meinen Führerschein wegnehmen? Ihr habt nicht mal eine Messung gemacht. Und jetzt haltet euch fest. Was jetzt kommt, ist absolut fern von jeglicher Vorstellung, die ich jemals bei einem Polizisten hatte. Er sagt zu mir, du bist ein illegales Straßenrennen gefahren. Er sagt das Ganze, weil es wohl irgendeinen Paragrafen oder so gibt, dass wenn man ein Straßenrennen macht, dann kann der Führerschein direkt weggenommen werden. Er hat darauf beharrt, dass es ein Straßenrennen war. Jetzt, lieber Polizist, ich sage zu ihm, guck mal, ich stehe an einer Ampel, ich fahre ganz normal los, will er mir jetzt sagen, ich hätte mit dem Auto, was neben mir an der Ampel stand, ein Straßenrennen gemacht. Das Lustige dabei ist, der Polizist, ich sage zu ihm so, wie soll das ein Straßenrennen sein, wenn der Wagen neben mir, wie ein Rentner, ganz normal mit 30 kmh, der ist richtig chillig losgefahren, der Wagen neben mir. Der ist überhaupt nicht schnell losgefahren, der ist richtig chillig losgefahren, also ich habe auch nicht mit dem so geredet oder ey, wir machen jetzt ein Rennen oder so, gar nichts. Wir sind einfach nur nebeneinander losgefahren. Er sagt zu mir, du bist ein Straßenrennen gefahren. Ich sage, nein, ich bin kein Straßenrennen gefahren. Der Wagen neben mir ist doch gar nicht schnell gefahren. Der Polizist bejaht das Ganze sogar. Der Polizist sagt, ja, der Wagen, also er hat so zugestimmt, ja, der Wagen ist nicht schnell neben dir losgefahren. Und jetzt, bitte schnallt euch jetzt an, was jetzt war. Oh, Junge. Er sagt, wortwörtlich zu mir, ich schwöre auf alles, was ich besitze, wortwörtlich, er sagt zu mir, ein Straßenrennen kannst du auch alleine mit dir fahren. Alles klar, meine Freunde. Da fragen wir nochmal ganz kurz, wie es da bei denen auf der Rennstrecke aussieht. Die letzten Rennen, Felix von der Laden, die bist du ja komplett alleine gefahren. Wie war es da eigentlich jedes Mal zu gewinnen? Felix, Straßenrennen alleine oder absolut möglich? Junge, ganz ehrlich, Digga, das ist wirklich komplett, komplettes, ekelhaftes Ausspielen der eigenen Machtposition. Das ist polizeiliche Willkür. Und ich glaube sogar, und ich bin fest davon überzeugt, und ich habe auch Max direkt gefragt, Digga, warst du alleine in dem Auto? Hätte Max einen Zeugen gehabt, dann hätten die sich nicht zu verhalten. Die waren zu fünft und ich kann mir leider Gottes vorstellen, dass die damit durchkommen, aber ich glaube, wenn Max einen Zeugen dabei gehabt hätte, meine Freunde, dann hätte das auch echt ganz üble Folgen für den Polizisten, der das nämlich da durchgezogen hat. Weil ganz ehrlich, Digga, sowas ist einfach überhaupt nicht legal. Das ist polizeiliche Schikane und sowas ist verboten. Punkt. Das geht nicht. Das kann man nicht bringen. Kann man nicht machen. Geht nicht. Das heißt im Prinzip, die Polizisten haben mich von A bis Z schikaniert. Es ist alles Auslegungssache. Sie haben keine Messdaten, kein gar nichts, Leute. Im Prinzip, um das jetzt nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Ich wurde rausgezogen, ohne dass die Polizei mir irgendwas nachweisen konnte. Mein Wagen wurde abgeschleppt wegen einer Dezibelmessung, die an einem iPhone gemacht wurde. Krank. Serienfahrzeug von Daimler wurde abgeschleppt wegen einer Dezibelmessung auf einer iPhone-App. Und mein Führerschein wurde mir entzogen, weil ich angeblich ein Rennen, ein Auto, ein illegales Straßenrennen mit mir alleine gemacht habe. Das ist komplett lächerlich. Das ist einfach nur asozial. Das ist einfach nur asoziale Schikane. Ich weiß nicht, warum der Polizist so ein Problem mit mir hatte. Wie gesagt, er kennt mich, Leute. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß, ich bin sehr höflich. Ich gehe mit jedem höflich um. Der Polizist, auch als er am Anfang zu mir kam, ich ganz höflich habe gesagt, okay, ja, aber das ist einfach nur asozial. Ich kann mich nur wiederholen vom Anfang. Ich habe wirklich den Glauben an Justiz verloren, weil letztendlich ist mir klar geworden, dass wenn ein Polizist sich wirklich auf dem Kicker hat, dann wird einfach so lange gesucht und willkürlich argumentiert, da kann man gar nichts dagegen machen. Letztendlich sind in diesem Auto drei Polizisten, die behaupten, ich wäre ein Straßenrennen gefahren. Also ich weiß ja nicht, wer alleine mit sich selbst ein Straßenrennen macht, aber ja, Gruß geht raus an die Kölner Polizei. Das war es von dem Video gewesen, meine Freunde. Ich muss das Ganze einfach gerade mit euch mitteilen. Ich bin immer noch sprachlos. Ich bin einfach immer, das ist ein Film, Leute. Ich war wie in einem Film gestern. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr dieses Video teilen könnt. Hat sogar ein paar Sachen noch ausgelassen hier in der Erzählung. Krass. Krass, krass, krass. Dass von mir aus die Medien alle darüber erfahren, was hier diese Polizisten abgezogen haben. Passt auf euch auf, meine Freunde. Bis dahin. Euer Crymax. Krank. Also ganz ehrlich, das geht halt wirklich nicht klar, Leute. Das geht halt wirklich nicht klar. Ich würde definitiv direkt zum Anwalt. Im besten Falle hat man einfach heutzutage einfach immer einen Anwalt im Kofferraum. Ähm. Ja, keine Ahnung. Also der Polizist war neidisch, weil er keinen Mercedes-AMG fahren kann, du aber schon. Ich glaube nicht, dass ein Polizist neidig ist. Ich glaube nicht, dass der den unbedingt aus dem Grund rankriegen wollte. Ich kann mir auch nicht unbedingt eine Motivation vorstellen oder eine Anwältin, eine Motivation vorstellen, warum er tatsächlich jetzt so gehandelt hat. Aber ja, vielleicht geht es da, ich will jetzt gar nicht so sehr spekulieren, vielleicht geht es da um irgendeine Quote, die erfüllt werden muss oder ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung, sowas geht halt wirklich nicht klar. Ich würde, Jesus hätte das besser geklärt als du. Ich würde wirklich fast schon sagen, Digga, Christian Solmecke, wo bist du, Alter? Helf dem jungen Mann. Weil, wie gesagt, das ist halt wirklich nicht in Ordnung einfach. Muss man ehrlich sagen. Keine Ahnung, also jetzt ist das nach Tuning-Szene an, weil es bei Facebook suchen. Ja gut, das ist natürlich jetzt auch ein toller Hinweis. Ja, also iCrime ist, ich schätze ihn persönlich nicht so ein, dass er so fährt. Ich bin auch schon mit ihm Auto gefahren und ich muss ganz ehrlich sagen, Digga, dass, also, er wird da nichts gemacht haben. Also, wisst ihr, was ich meine? Deshalb, ähm, keine Ahnung, iCrime ist, bist du dir sicher, dass er überhaupt richtige Polizisten war und keine Fake-Polizisten? Ja, das wäre natürlich jetzt krass, wenn einfach fünf Leute hätten zwei Streifenwagen gestohlen, Uniformen und dann auch noch sein Auto geklaut hätten. Alles klar, wahrscheinlich, oder? Ja, was soll ich sagen, Leute? Ähm, interessant auf jeden Fall, interessant. ein Problem, das ist wirklich interessant.